Eigentlich kein von beidem, aber eher Ski, weil Snowboard habe ich noch nie fahren können. Jetzt fragst du einen Verteidiger? Nein, eines noch. Lieber. Ich gehe beides selten, aber eher Flussball. Lieber auf dem Sofa, ist gemütlich. Wenn ich beides könnte, könnte ich ein Trick, aber Tackling ist eher ein Mist. Kraftraum, doch. Lieber einen Controller, doch. Lassen ist gar nicht mein Ding, gar nicht. Ich glaube, ich habe bis jetzt ein Buch von der Schule gelesen. Ein Hund. Ich kann selber einen. Darum bin ich jetzt der Katzentyp. Französisch. Ich habe beide Sprachen gerne, aber meine Mutter spricht Französisch. Ich bin der Katzin. Ich bin der Katzin. Ich bin der Katzin. Vielen Dank.